Was up Freunde des Internets, herzlich willkommen zu Hashtag HowHot Das ist eine Website, wo man lauter Bilder von Leuten reinstellen kann und die ermittelt dann, wie alt die Leute sind und wie heiß sie angeblich sind und ich dachte, da kann man bestimmt ein extrem lustiges Video draus machen Ich werde in erster Linie dieses Mal YouTuber machen, vielleicht beim nächsten Mal mal gucken, vielleicht machen wir da was mit Promis oder so aber als erstes werde ich mit mir selber anfangen, weil ansonsten wäre es unfair, wenn ich andere Leute da reinpacken würde, nicht wahr? Da haben wir mich Wow Ich bin 42 Jahre und ich bin Oh nein, doch so schlimm Try another photo, wen nehmen wir denn jetzt? Obwohl ich bin damit noch nicht sogar zufrieden, ich nehme mal noch ein anderes Bild von mir So, das andere Foto von mir, ich bin gespannt Das ist schon ein bisschen besser, nicht wahr? Und das hat sogar fast mein Alter korrekt erwischt Also ich bin 20, werde demnächst 21 Not bad, not bad Weiter geht's mit PewDiePie Das ist, ja, da bin ich auch mal gespannt, was da rauskommt Ich habe mir extrem behinderte Bilder rausgesucht Hauptsache, dieser kleine Fleck an seinem Kinn ist hot Das ist, äh, der Hammer Das muss so Marke Playa Auch mit einem sehr behinderten, wie, äh, Foto Video, sag ich schon Zwei Zweiundfünfzig und er ist nur Oh Mann, das Bild ist aber auch so geil Das 10-Millionen-fache Kind Beim nächsten Foto handelt es sich nicht um einen Naja, wobei YouTube Evie Evie ist nice Oh, Leute Als ob die so jung ist Nehmen wir als nächstes Jacksepticeye mit einem Fotobooth-Gesicht Das dürfte auch extrem behindert sein, was da rauskommt Ah! Aber er ist hot 32 Und seine Augenbraue ist extrem hot Das finde ich auch, die Augenbraue macht schon was her Versuchen wir es mal mit BigEasyGaming's Avatar Was der dazu sagt Das ist ja so eine einfache Dinge 21 und nice Ja, gut Wenn wir zwei Leute auf dem Foto haben Ich nehme jetzt mal die Jungs von PfMorsch Und da haben wir nur Anthony Und der ist nice Naja, vielleicht machen wir für Ian nochmal ein eigenes Foto Ian Hickox ist godlike Like a boss Gönn dir, Junge Wir haben nochmal einen normalen Markiplier, der nicht 52 Jahre alt ist Das ist doch im Rahmen, würde ich sagen Ähm, als letztes habe ich jetzt noch was besonderes Hier ist der Blake aus der Zukunft Äh, leider ist das Bild, was ich hochladen wollte Beziehungsweise der letzte Abschnitt von meinem Video völlig in den Arsch gegangen Ähm, ich wollte eigentlich meinen Hund hochladen Und das hat letztendlich auch funktioniert Ähm, falls ihr das sehen wollt Könnt ihr das ja gerne unten mal reinschreiben Und dann machen wir nochmal ein neues Video Ansonsten Ich wünsche euch alles Gute Und ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat Wir sehen uns beim nächsten Mal See ya Ich hab die Frisur, das ist neu oder? Ich fände ja gerade Ich hab die Frisur, das ist neu oder? Ich hab die Frisur, das ist neu oder? Bis zum nächsten Mal.